Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man diese schöne Aufgabe hier mithilfe der Zweigstromanalyse lösen kann. Das ist ein Beispiel und eine Aufgabe, die mir ein Student per E-Mail geschickt hat. Also schauen wir hier mal kurz rein. Wir haben ein Netzwerk, was so für Grundlagen der Elektrotechnik nicht so unüblich ist, mit insgesamt sechs Widerständen, wie man sieht. Und mit einer Bannersquelle hier, die hat 40 Volt und mit einer Stromquelle hier, die hat 1 Ampere. Die Widerstände haben alle sowas wie 10 Ohm, 20 Ohm und 30 Ohm. Und man soll jetzt hier ein Gleichungssystem aufstellen, um die Ströme I3 und I6 auszurechnen. Also gucken wir mal, I6 ist der Strom hier oben und I3 ist der Strom hier an dieser Stelle. Oder man soll das mithilfe des Superpositionsprinzips lösen. Und dann soll man eigentlich auch noch ausrechnen, wie groß ist die Spannung über dieser Stromquelle und wie groß ist die Leistung, die dann in dieser Stromquelle umgesetzt wird. So, damit ich das jetzt hier irgendwie vernünftig zeigen kann, kopiere ich mir mal das Schaltbild mit STRG C und gehe mal in mein Zeichenprogramm rein und kopiere das hier schon mal hin. Und versuche das mal ein bisschen kleiner zu machen. Und dann hat mir der Student freundlicherweise auch schon eine Lösung geschickt von ihm. Die kopiere ich auch einfach mal so wie sie ist und füge die auch mal rein. Also, dass man zumindest mal Lösungsansatz und dieses Schaltbild nebeneinander sehen kann und nehme jetzt hier auch mal rot. Nicht notwendigerweise, weil das jetzt richtig oder falsch ist, aber einfach, weil man das hier gut sieht. Und wir gucken mal. Also, für Zweigstromanalyse, was würde man machen? Man stellt ein Gleichungssystem auf für alle unbekannten Zweigströme und dafür braucht man unabhängige Gleichungen. Und die kriegt man aus Knotensätzen und Maschensätzen und man braucht unabhängige Knotensätze und unabhängige Maschensätze, damit das am Ende funktioniert und man ein lösbares Gleichungssystem bekommt. So, jetzt können wir hier drauf schauen. Es gibt in dieser Schaltung 1, 2, 3, 4 Knoten und dementsprechend gibt es, wenn es K Knoten gibt, gibt es K minus 1 unabhängige Knotensätze. Also, bei 4 Knoten gibt es 3 unabhängige Knotensätze und die wurden hier für den Knoten 1 bis 3 aufgestellt. Das können wir uns gleich anschauen. Und da braucht man noch unabhängige Maschen. Wie bekommt man die über die Methode des vollständigen Baumes? Den kann ich hier mal versuchen, auch irgendwie so ein bisschen leicht rüber zu zeichnen. Mit Orange zum Beispiel, also ein vollständiger Baum wäre eine Verbindung von allen Knoten, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt. Und den könnte man zum Beispiel so jetzt einzeichnen. Das wäre der voll, hier gibt es irgendwie tolle Moiré-Effekte, sodass nicht alles sichtbar wird hier über dem Bild hier. Aber das ist ein vollständiger Baum, der alle Knoten verbindet, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt. Und wenn man diesen vollständigen Baum jetzt über die verbleibenden Zweige schließt, dann ergeben sich unabhängige Maschen. Und genau das ist hier passiert. Also hier gibt es eine erste Masche, hier gibt es eine zweite Masche, hier gibt es eine dritte Masche. Und für die können wir uns jetzt mal die Fälle hier anschauen und sehen. Also am ersten Knoten fließt der Strom I1 drauf zu. Der Strom I3 und I6, die fließen weg. Deswegen muss I1 genauso groß sein wie die Summe aus I3 und I6. Das stimmt schon mal. Am zweiten Knoten fließen I3 und I5 drauf zu. I4 fließt weg. Deswegen I3 plus I5 ist gleich I4. Stimmt auch. Am letzten Knoten können wir schauen. I2 und I6 sollten drauf zu fließen. I5 weg. I2 und I6 fließen drauf zu. I5 weg. Das stimmt auch schon mal. So, dann können wir uns die Maschensätze hier anschauen. Also in der Masche hier. Ja, es ist ja je nachdem immer, wie man das macht. Und also gehen wir mal hier irgendwie, keine Ahnung, so rum, wie dieser Maschenfall ist. Oder ich würde es mal versuchen gleich zu machen, so wie hier. Also auf der Seite steht UQ1. Das ist diese Quelle hier. Ja, also wenn ich von diesem Punkt laufe zu diesem Punkt hier unten auf dem Weg, dann kommt da UQ1 raus. Und das muss auf dem anderen Weg auch funktionieren. Auf dem anderen Weg laufe ich über die Spannung U1, über die Spannung U3 und über die Spannung U4. Und die Strompfeile hier und dementsprechend die Spannungspfeile zeigen auch alle in die Richtung. Deswegen U1 plus U3 plus U4 ist gleich UQ1. Das stimmt auf jeden Fall auch. Dann können wir auch in die zweite Masche schauen. Ja, hier gibt es also auf der Seite U02. Das soll die Spannung hier über der Stromquelle sein. Die ist jetzt hier mit einem Minus, also entgegengesetzt. Also wir laufen von diesem Punkt jetzt zu diesem Punkt. Ja, von hier hier hoch über den Weg. Und dann muss das auf dem Weg hier genauso groß sein. Auf dem Weg laufen wir entgegen der Spannung U4, entgegen der Spannung U5 und entgegen der Spannung U2. Deswegen steht hier minus U2 minus U4 minus U5 ist minus U02. Man könnte jetzt hier natürlich diese Gleichung guten Gewissens auch mit minus 1 multiplizieren und da überall ein Plus draus machen. Klappt aber mit dem Minus natürlich auch. Also mit dem Plus wäre das, ich gehe von diesem Punkt zu diesem Punkt über diesen Weg plus U02. Oder ich gehe hier oben rum U2 plus U5 plus U4 komme auch hier unten an. Würde genau die gleiche Gleichung bei rauskommen, bloß eben mit positiven Vorzeichen. So, und dann gibt es noch diese letzte Masche hier oben. Ja, die ist jetzt hier auch so ein bisschen, weiß nicht, unkonventionell aufgeschrieben. Ja, keine Ahnung. Nee, kann man natürlich so aufschreiben. Also hier wäre jetzt, wir laufen meinetwegen von hier, von diesem Punkt los einmal so rum. Ja, dann laufen wir der Spannung U3 entgegen. Deswegen Minus U3 mit der Spannung U6 laufen wir mit plus U6 mit der Spannung U5. Hier unten laufen wir auch mit plus U5. Einmal rum ist gleich 0. Und deswegen das, was hier unten steht, steht, stimmt auf jeden Fall auch. So, und jetzt kann man hier schon mal so ein bisschen scharf drauf schauen und stellt fest, naja, das sieht jetzt schon mal irgendwie gar nicht so verkehrt aus. Also wir haben Maschensätze, Knotensätze aufgeschrieben. Jetzt müsste man in diese Knotensätze zum Beispiel noch jeweils das Ohmsche Gesetz einsetzen oder vielleicht in die Maschensätze das Ohmsche Gesetz einsetzen und immer sagen, U1 ergibt sich eben aus R1 mal I1 und so weiter bis eben U6 ist R6 mal I6. So, und wenn man das macht, dann stellt man fest, naja, wir haben jetzt ein Gleichungssystem mit sechs Gleichungen und auch mit sechs Unbekannten. Und das sind nicht die Zweigströme, nicht alle Zweigströme, weil der zweite Zweigstrom hier, der Strom I2, der ist ja gegeben, schon durch die Quelle, der ist fest vorgegeben. Dafür ist die Unbekannte in diesem Zweig, ist diese Spannung über der Stromquelle. Also das heißt, wenn ich mal versuche, das jetzt hier irgendwie so ein bisschen zu sortieren, ja, also dann, ja, wäre das hier, also das wären alles unbekannte Größen. Die ist bekannt, I2 ist bekannt, das ist auch alles unbekannt. Letztendlich diese Spannung hier sind auch alle unbekannt, die sind auch unbekannt. Und die Spannung U2 wiederum, die kennt man, weil man den Strom kennt und den Widerstand kennen kann man diesen Spannungsabfall ausrechnen. Das ist unbekannt, das ist unbekannt, das ist unbekannt. Und wenn man jetzt mal noch die bekannten Größen aufschreibt, mache ich vielleicht mal in grün, dann ist das eine bekannte Größe. Die Quelle kennt man und den Strom und die Spannung hier kennt man letztendlich auch. Und das, was dann eben noch eine unbekannte ist. Und deswegen ist das hier vielleicht so ein bisschen ungünstig geordnet schon. Das ist schon dann der erste, das erste Problem, warum diese Lösung, so wie sie jetzt hier weitergeht, nicht zu, oder dieser Lösungsweg nicht zu einer Lösung führt, ist, ja, weil das Gleichungssystem jetzt einfach schlecht geordnet ist. Also die blauen Sachen sind die unbekannten, die wollen wir ausrechnen. Und das Grüne, die grün umkreisten Größen, das sind die bekannten Größen. Die müssen wir jetzt auf die rechte Seite des Gleichungssystems schreiben. Ja, also die unbekannten sollten irgendwie, letztendlich ist das jetzt hier schon versucht irgendwie, hier sind jetzt genau diese Omschen Gesetze eingesetzt. Und dann fehlt hier so ein bisschen die rechte Seite. Und jetzt ist das versucht, hier in Matrixform zu schreiben. Aber letztendlich sollten eben genau hier, das sollten diese bekannten Größen sein, wenn ich hier mal so versuche, drüber zu zeichnen. Und das ist eine bekannte Größe. Aber die andere Spannung, die da steht, diese hier, das ist eine unbekannte Größe. Die sollte eigentlich hier auftauchen, da wo die Unbekannten oder Vektor der Unbekannten ist. Und die hier sind auch alle unbekannt. Aber die Spannung, nee, der Strom I2, das ist auch eine bekannte Größe durch die Stromquelle. Der sollte irgendwo hier unten mit auftauchen. Ja, also letztendlich ist das Gleichungssystem schon, wenn man so will, richtig aufgestellt. Aber es ist einfach ein bisschen ungünstig, wenn man so will, sortiert. Oder so, wie es sortiert ist, funktioniert es einfach nicht. Also ich, irgendwie, ne, ich mach das mal nochmal. Also diese beiden Einträge, die müssten wir irgendwie miteinander tauschen. Und damit ändert sich natürlich auch was in der Matrix. Und naja. Und deshalb funktioniert das hier unten an der Stelle dann einfach nicht. Ich versuche das mal hier mit Rot zuzumarkieren. Also bis hier oben prinzipiell ist das noch irgendwie richtig. Aber hier unten wird es jetzt so ein bisschen fragwürdig. Ja, also das hier stimmt. Das stimmt prinzipiell irgendwie auch noch. Aber hier unten wird jetzt die Sortierung schwierig. So, und deshalb schreibe ich diese, dieses neue sortierte Gleichungssystem jetzt hier unten einfach nochmal daneben hin. und gehe einfach mal diese Gleichung so durch. Also wir brauchen eine Spalte für I1, für I3, für I4, I5, I6 und diese Spanne U02. Das sind unsere unbekannten Größen. Und jetzt brauche ich eben eine 6-Kreuz-6-Matrix, wo die entsprechenden Einträge reinkommen. Ja, dahinter steht dann, wie schon vorher auch richtig aufgeschrieben, der Vektor mit den unbekannten. Das sind eben I1, I3, I4, I5, I6. Und diese Spannung U02. Und auf der anderen Seite des Gleichungssystems, auf der rechten Seite, da steht ein Vektor mit den bekannten Größenprinzip im weitesten Sinne mit den Quellen in dieser Schaltung, in diesem Netzwerk. Ich mache den mal so groß, wie ich hier noch Platz habe, weil da vielleicht mal ein Plus, Minus drinsteht. Keine Ahnung. So, also schauen wir mal. Erster Knotensatz. Da steht, wenn ich das jetzt alles so umsortiere wie hier, keine bekannten Größen, die bekannten Größen sind 0, dann steht da also 1 mal I1, minus 1 mal I3, 0 mal I4, 0 mal I5, minus 1 mal I6 und die Spannung U2, 0 taucht nicht auf. Das wäre der erste Knotensatz. Der zweite Knotensatz, wenn ich das I4 auf die andere Seite rüberhole, steht dort 0 mal I1, 1 mal I3, minus 1 mal I4, 1 mal I5, 0 mal I6, 0 mal diese Spannung. So, wenn ich mit der nächsten Gleichung weitermache, achso, und hier drüben steht ein 0. Wenn ich mit der nächsten Gleichung weitermache, ich hole mal das I2 hier rüber, dann taucht das hier Minus auf. Also hier haben wir Minus I, und das nenne ich jetzt mal I02. Das ist hier diese Quelle. Ja. Also das habe ich hier nach rechts rüber geholt. Dann kommt der Strom I5 nach links und dann steht da Minus I5 plus einmal I6 und die restlichen Koeffizienten und Einträge sind alle 0. Damit habe ich die Knotensätze hier oben abgearbeitet. Jetzt muss ich mir noch die Maschensätze anschauen. Der erste Maschensatz ist irgendwie relativ straightforward. Also R1 mal I1, R3 mal I3, R4 mal I4. Die anderen Ströme tauchen da nicht auf. Und andere Spannungen. Die Spannung U02 auch nicht. Und auf der anderen Seite steht dann UQ1. Das sind hier, oder U01. Ich habe das jetzt mal UQ1 genannt. Ich weiß nicht, das ist hier so ein bisschen schlecht gedruckt. Vielleicht war das hier auch mal ein Q. Vielleicht nenne ich das hier auch einfach IQ2. Und diese Spannung hier auch UQ2. Auch wenn das keine Spannungsquelle ist, aber eben die Spannung über die Quelle. Also vielleicht ist das hier auch ein Q. Ich weiß es nicht. Das sieht man hier so ein bisschen schwierig. Also Q würde auf jeden Fall Sinn machen, weil es ja sinnvoll sein, weil es ja eine Quelle ist. So, okay. Dann haben wir diesen Maschensatz abgearbeitet. Den nächsten Maschensatz würde ich mal mit einem Plus machen, weil man eigentlich diese ganzen Minusse hin und her sich denken muss. Also, wir haben auf jeden Fall R4 mal U4. Wir haben R5 mal I5 ergibt U5. So, die 6, der Strom 6 taucht nicht auf. 0 und 1 taucht auch nicht auf. Naja, ja. So, und jetzt haben wir eben hier diese unbekannte Spannung. Wenn ich die auf die linke Seite rüberhole, taucht die hier mit einem Faktor Minus 1 auf. Ja, und dafür müsste ich diese bekannte Spannung hier rüberholen. Auf die rechte Seite, dann taucht die auch mit einem Minus auf. Und dann steht da Minus R2 mal IQ 2. Mal dieser Quellstrom hier. Das ist dann diese Spannung hier. Ja, die ist ja bekannt. In diesem Maschensatz dieser zweiten Masche. So, und den letzten Maschensatz, der lässt sich wieder relativ einfach aufschreiben. Dann steht hier Minus R3, 0, R5, R6 und eine weitere 0. Und hier drüben steht auch eine 0. So, und dann haben wir das Gleichungssystem mit 6 Gleichungen und 6 Unbekannten aufgeschrieben in Matrixform. Die 6 Unbekannten sind eben diese 5 Zweigstrome. Der eine Zweigstrom ist bekannt und die eine unbekannte Spannung über dieser Stromquelle. Und, naja, wenn man sich das jetzt anschaut, also manche Einträge hier sind ja dimensionslos. Die könnte man jetzt auch natürlich prinzipiell hier überall noch in Ohm hinterschreiben, weil ja hier unten Widerstände auftauchen, die in Ohm haben. Manche Einträge hier haben die Einheit Ampere, manche haben die Einheit Volt hier hinten. Das hat auch hier oben eher Ampere, hier unten eher Volt. Also mit den Einheiten geht das so ein bisschen konfus in dieser Matrix und diesen Vektoren. Das ist am Ende schon alles durchaus sinnvoll, wie das so ist. Man tut auf jeden Fall ganz gut daran, um jetzt nicht im Hintergrund sich noch um die Einheiten hier kümmern zu müssen bei der Lösung, das einfach alles in Grundeinheiten hinzuschreiben. Volt Ampere oben. Und dann kann nicht so wahnsinnig viel bei schief gehen. So, wie lösen wir jetzt dieses Gleichungssystem? Natürlich nicht von Hand, sondern wir sagen, also diese Matrix hier, die nenne ich mal irgendwie R und mache da mal, was weiß ich, einen Strich drunter, weil das eine Matrix jetzt sein soll und mache mal so ein Matrix-Symbol rum. Und diese Matrix, die wird jetzt multipliziert mit unserem Vektor der unbekannten Zweigströme. Auch wenn da eine Spannung drinsteckt, muss ich das jetzt mal ein bisschen abkürzen. Und auf der anderen Seite hier stehen im Prinzip irgendwelche Quellen, irgendwelche Qs, UQs. Auch wenn jetzt hier erstmal ein IQ drinsteht. Hier steht ja auch noch ein UQ und das ist ja auch sowas wie eine Spannungsquelle. Also R mal I ist U. Ich gebe jetzt mal hier den Is den Vorrang und hier den Us den Vorrang, damit das funktioniert. Die suchen wir. Die kennen wir. Die kennen wir auch. Jetzt wollen wir diese Matrix-Gleichung nach hier umstellen. Ja, wie machen wir das? Wir nehmen jetzt die Inverse der Matrix R und also R hoch minus 1 und multiplizieren die von links an diese Gleichung ran. Und dann steht hier eben Inverse von R mal R. Das ergibt die Einheitsmatrix und die Einheitsmatrix mal den Vektor ergibt den Vektor. Also so können wir diese Gleichung nach dem Vektor der unbekannten Zweigströme hier umstellen. Und auf der anderen Seite steht dann eben die Inverse dieser Matrix R. Also ist R hoch minus 1 mal diesen Vektor von den bekannten Quellen. Also drüben stehen dann die ganzen bekannten Größen. Hier kriegen wir das Unbekannte raus durch eine Matrix-Gleichung. Und diese Rechnung, die Zahlenrechnung dazu, die mache ich jetzt natürlich nicht von Hand, sondern die mache ich selbstverständlich in so einem Tool wie Octave. Und versuche das mal hier ein bisschen kleiner zu machen, dass ich das hier nebenhin bekomme. Und könnte das jetzt in der Kommandozeile machen. Ich mache das mal vielleicht einfach direkt in einem Skript, mache hier mal den Editor auf, mache mal das Fensterchen hier ein bisschen kleiner und mache mal am Anfang ein Clear All. Das kann immer nicht schaden und gebe erst mal diese ganzen Zahlenwerte ein. Also R1 sind 10 Ohm. Und ich kopiere das mal, damit es ein bisschen schneller geht. R2. Muss ich mal gucken. Achso, der ist da drüben. Der ist auf der rechten Seite. Das sind auch 10 Ohm. R3, das ist der oben links. Der hat 20 Ohm. R4 ist der Widerstand in der Mitte unten. Der hat auch 10 Ohm. R5 ist oben rechts. Der soll 30 Ohm haben. Und der Widerstand R6 ist der ganz oben. Der soll auch 20 Ohm haben. So, dann brauchen wir noch die Quellen. UQ1 sind eben 40 Volt und IQ2 sind 1 Ampere. So, und damit können wir jetzt schon dieses Gleichungssystem aufschreiben. Diese R-Matrix nenne ich mal R-Matrix. Und die hat jetzt eben die Einträge 1, minus 1, 0, 0, minus 1 und 0. Dann kommt die nächste Zeile. Da steht 0, 1, minus 1, 1, 0 und nochmal eine 0. Dann kommt die nächste Zeile. Da steht 0, 0, 0, minus 1, 1, 0. In der vierten Zeile steht R1, R3, R4 und dreimal eine 0. In der vorletzten Zeile steht 0, 0, R4, R5, eine 0 und eine minus 1. Und in der letzten Zeile steht 0, minus R3, 0, R5, R6 und nochmal eine 0. Und dann stellt man schon fest, naja, so ganz, also die größte Gefahr und Schwierigkeit hier besteht darin, das irgendwie vernünftig und ordentlich und richtig abzutippen. So, jetzt will ich mir schon mal diese Matrix anschauen. Deswegen klicke ich mal hier auf Abspeichern und nenne das mal Zweigstromanalyse. Und gehe mal ins Befehlsfenster und dann wird mir diese Matrix schon mal ausgegeben. Und jetzt tue ich ganz gut daran, mal zumindest so grob zu gucken, ob das so passt. Und jeder, der das anschaut, kann das ja mal nebenbei mitmachen. Und hoffentlich feststellen, dass das so funktioniert. Und das sieht aber jetzt auf den ersten Blick auch, was die Vorzeichen angeht und so, schon mal ganz gut aus. Zumindest sind überall die Nullen und so an der richtigen Stelle. Das könnte passen. So, und dann brauchen wir noch den Vektor von den Quellen. Den nenne ich jetzt UQ-Vektor. Ähm, der geht hier. Und der hat jetzt die Einträge 0. Die schreibe ich jetzt einfach hinter der Weg 0. Mit Semikolons getrennt für eine neue Zeile. Minus IQ2. Dann plus UQ1. Dann minus R2 mal IQ2. Und noch eine finale 0. Und dann stelle ich fest, hier, da wo das Komma steht, sollte ein Semikolon stehen. Und führe auch das mal kurz aus. Und gucke mir das nochmal an. 0, 0, minus 1, 40, minus 10 und 0. Das könnte, sollte, dürfte passen. So, und damit können wir jetzt den IZW, den Vektor der unbekannten Zweigströme oder unbekannten Größen ausrechnen. Und den kriegen wir jetzt eben raus. Naja, indem man diese Inverse der Matrix hier unten nimmt. Und das kann man jetzt auch ein bisschen anders schreiben. Das kann man nämlich so schreiben als so eine Linksdivision. Also ich nehme jetzt diese R-Matrix und, ähm, also nehme diesen Vektor der unbekannten und teile den linksdivisionsmäßig, so wie wir von links die Inverse ran multipliziert haben, teile ich den Vektor durch diese Matrix oder multipliziere das Inverse der Matrix mal den Vektor. Man könnte auch, ähm, man könnte das auch so schreiben. IZW-Vektor ist das Inverse dieser R-Matrix mal den Vektor. Dann sollte prinzipiell genau das gleiche rauskommen. Ähm, aber das hier ist numerisch schöner. Hier wird wirklich erst die Inverse berechnet und dann multipliziert. Und hier wird im Prinzip dieses Gleichungssystem dahinter direkt gelöst. Was ein bisschen schneller und robuster ist, das macht jetzt hier bei unserer 6-Kreuz-6-Matrix keinen so riesengroßen Unterschied. So, ich kommentiere mal das aus. Das haben wir jetzt ja hier uns angeschaut. Und klicke mal auf Run. Und dann, uh, dann kommen hier, naja, aber eigentlich glaube ich ganz passable Werte bei raus. Die sehen jetzt nicht allzu krumm aus. Ähm, also für den Strom I1 haben wir diesen Wert, für den Strom I3 kommt das raus und so weiter und so fort. Und das Letzte hier ist eben die Spannung über dieser Quelle. Naja, und, ähm, ich meine, jetzt bin ich mir auch unsicher. Ich habe das vorher nicht gerechnet, ob das richtig ist oder falsch ist. Ich lasse jetzt die Werte erstmal so stehen und mache dann einfach noch ein zweites Video, in dem ich das Ganze jetzt mal in einer Probe in LTSpice löse und mir anschaue. An sich ist das aber genau der Lösungsweg, um das jetzt mit der Zweigstromanalyse zu machen. Was man jetzt eventuell noch machen müsste, man müsste jetzt aus den Zweig strömen hier, aber das ist ja ein relativ einfacher Schritt, ähm, schlussendlich mal noch das Ohmsche Gesetz hier wieder, also diese Werte in das Ohmsche Gesetz einsetzen und wieder die Spannungen ausrechnen. Und dann könnte man einfach alle Ströme und alle Spannungen hier oben nochmal in die ursprünglichen Knotensätze und Maschensätze einsetzen. Und wenn das dann alles passt, dann ist das auf jeden Fall eine richtige Lösung dieser Schaltung mithilfe der Zweigstromanalyse.